Der Bruder hat sich alles ausgemacht. Der Bruder hat sich alles ausgemacht. Der Bruder ist fleißig. Der Bruder ist fleißig. Das kann man ja nachbauen, das Gerät. Der Bruder hat sich alles ausgemacht. Der Bruder hat sich alles ausgemacht. Der Bruder hat sich alles ausgemacht. Was ist denn da hinten? Zu leicht? Ausgeschlagen. Der Bruder hat sich alles ausgemacht. Das, was ich meine, Franzi. Das will der Bruder selber machen. Schneiden, ein Rohr. Das, was ich meine, Franzi. Wo du die Stellung? Was ist denn da? Und dann so reinpressen. Dann kannst du wieder drüben reinpressen. Ja. Mach uns nicht drauf. Okay. Fett auf. Aber du kommst ja nicht dabei. Fett das einmal ab. Oder du hast das große, wo es nicht drüber rutscht. Die wird immer heiß. Papier, tanft es aus. Was ist da? Früher hat es auch aus. Nein, hat es auch so gut. Erinnern wir die Scheiben. Erinnern wir die Scheiben? Nein, das hat es früher nicht. Meine Schwester sagt sie, wird es auch dicht und sich bleiben. Dann passt es wieder. Genau, da rein. Da muss man sehen, dass gar nichts mehr geht. Nein, sie hat das gemacht. Sie hat das gemacht. Was hat es gemacht? Kühl, dicht und gleich. Da hat es einmal ausgetannt. Ach so. Nein, das ist das nicht. Da kann man noch mal schauen. Ich tue mal runter. Es wird sehen. Da gibt es auch ein bisschen. Ja. Da gibt es auch ein bisschen. Da gibt es auch ein bisschen. Ja, Peder. Kannst du eine Käse? Da geht ein Peter. Was ist es bei dir? Peder, sag mal, dass du kannst. Ha. Sie sind ein einzig, gell? Für einen D4 habe ich schon einen gekauft. Was? D4? Einen Abziger. Ja. Ja. Ja, aber das wird zu knapp, Mario. Ich tue schon klar. Habe sie es selber geschweißt? Habe sie es selber geschweißt? Habe sie es schon weit raus, eh? Nein, 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 nein. Hör mal, das Gelenk geht da gar nicht rein. Ja, aber es ist ein Nachpassscheißes. Da füge ich immer auf die Presse und presse es rein. Da ist das Paar. Wo scheißen wir einander? Die Säunehörer muss sich genau da oben. Ja. Habe sie dran. Da nimmt eine Stegel drüben, ein großes. Da hat nichts passiert noch. Und dann ist das so hart, Mario. Die ist weg. Aber dann wird auch weg mit der Tube. Ja, mein Herr Rettkoll. Er hat noch ein Opa gekregt. Einen Opa hat er den Alter gekriegt, der den 300er zahlt, dass er ihn legt. Echt? Ja. Das passt von der Dippe. Wirken ein Unfall, so ein 200er, gell? Ja. Das passt von der Dippe. So, das leidet ab, circa. Ja, das trinkt ja. Normalerweise setz ich es da rein, wenn ich abziehe, bräst du an und die Scheiße ist drinnen.